Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, das ist dann was wir jetzt. Und, wo wir jetzt noch mal losgehen? Ja und, das ist hier oben. Ich bin jetzt noch ein paar Knochen. Hier ist gerade die Knochen. Und das hier ist jetzt noch ein paar Knochen. Jetzt da ist noch mal los. Und das hier ist noch da los. Jetzt hier ist noch die Knochen. Wenn ich das nicht rauskomme, mache ich noch einen Knochen raus. Hier wird noch ein paar Knochen. Jetzt kommt das Knochen. Der Turm ist früher noch gehalten, das einzige was wir noch behalten ist, ist der Turm. Ich will eine Weile mit dem Fahrzeug machen, den Schutz für die Flüchtlinge. Ja, dann machen wir es dann. Komm, bitte. Danke schön! Das ist ein Schurzäuer in mir. Jetzt noch mehr in, Jutt. Herr? Jetzt noch mehr in. Ich muss von der Gegner an den Kalk. Ja, es ist ein Schatz. Ich bin ein Schatz. Ich lache da. Lüppi! Sie waren. Ich mache um mit ein bisschen. Das ist es. Ich will Essen kaufen, ich kann nicht reden. Ah, ist schon fertig? Ja, war ganz gut. Anja, mein Baby hat gerade gemacht, Anja. Ich will gerade gar nicht mehr arbeiten. Da kann man auch warten. Das ist so, dass ich das nicht so machen kann. Jetzt sind wir so ein... Dann gehst du dir so ein... Dann gehst du dir so ein, so... Dann gehst du dir so ein, so ein. Dann gehst du dir so ein... So ein... Und... Dann würde ich jetzt selber mal... Nee... Dann... Dann, schauen wir uns das an. Daktatur, Pyramide und so weiter. Ich bin jetzt in der Weltraumgewehr. Das hat er jetzt gemacht. Weil die meisten, die haben die meisten Kauten. Der von A2. Nein. Aber hier kann nicht jeder in der Weltraum fliegen. Das ist alles. Nicht jeder kann in der Weltraum fliegen. Nicht jeder kann in der Weltraum fliegen. Nicht jeder kann das? Nein. Ich meine immer ein bisschen Ausführung. Ja. Ach nee. Ach nee. Bei anderem muss das ausfallen mit der Höhe. Und mit der Geschwindigkeit. Es gibt diese schwerere Losigkeit in der Weltraum. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Nee, aber es gibt auch so einen Räumstegel. Es gibt auch so einen Räumstegel. Es gibt auch so einen Räumstegel. Das reicht mir schon. Zwischen. Das ist wohl die Ausführung. Aber da kann ich mir Ev recognise lassen. Und bis майze daran arbeiten müssen. Ja. Unbefall. Ich bin sehr sicher. Ich finde, hat den maybe gemacht. Aber den fans könnt ihr euch freuen. Ich muss noch atmen, wenn ich das mal kenne. Ja, ich will das mal machen. Das ist cool. Ja, hier, guck mal. Du hast das zufrieden gemacht? Ja, genau. Du sagst, es war's nicht. Du sagst, nein, es war's nicht. Es war's nicht. Es ist immer gut, hierher zu kommen. Ja, prima. Vielleicht geh ich noch mal. Ich wollte mir so'n kleines gemacht. Ich geh jetzt. Vielleicht geh ich noch mal. Ja, ich geh noch mal. Okay. Und den muss die anderen auch. Okay. Ah, das ist schön. Ha, 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 ha. Ah, ha. Das wäre jetzt noch ... Das wäre jetzt noch immer ... Die Sachen. Ja. Ja, kein ... Wunderschön. Hier, natürlich. Hier, natürlich. Hier, gleich. Hier, gleich. Die Kleidreifen schon. Auf den ganzen Tag, wo habt ihr Gucken? Ich. Ja, wenn wir haben. Die haben doch. Gucken wir mal selbst. Gnesech. Wow. Cool. Super. Dauert jetzt noch 5 Minuten, dann ist es griffreich. Dann könnt ihr es gut nehmen. Ja? Ja? Ja. Ja. Ja? Ja. Ja. Thank you. Thank you. Vielen Dank.